Das, was in Slowenien passiert, passiert ja auch anderswo in Europa. Wir gehen den gleichen Weg wie Griechenland oder Spanien. Vergangenen Samstag ist Slowenien erneut auf die Straße gegangen, um gegen die gesamte politische Elite zu protestieren. God of Sie, Sie sollen alle verschwinden, tönt es nun schon seit mehreren Monaten auf Sloweniens Straßen. Auslöser war ein korrupter Bürgermeister. Doch hinter den Protesten stehen Sparmaßnahmen, Sozialabbau und die steigende Arbeitslosigkeit. Sie ist bei der Jugend in den letzten Monaten auf 25 Prozent geklettert. Die Proteste haben schon zu mehreren Rücktritten geführt, inklusive jenem vom Premier Janis Jansscha. Doch wie sind die slowenischen Proteste einzustufen? Ende November ist es im slowenischen Maribor losgegangen. Die Bewohnerinnen der zweitgrößten Stadt haben genug gehabt von ihrem Bürgermeister Frank Kangler und seiner Korruption. Und bald haben sich die Proteste auch auf ganz Slowenien ausgeweitet. Die Forderungen sind breit. Die gesamte politische Elite, die als korrupt gesehen wird, soll zurücktreten. Darin sind sich die meisten einig. Doch darüber hinaus gibt es eine große Bandbreite an Ideen. Manche fordern mehr direkte Demokratie oder neue Parteien. Andere aber wollen die Organisation der Gesellschaft vollkommen neu gestalten. Eine Vertreterin der Föderation für anarchistische Organisation, FAO, die anonym bleiben will, hat mit uns über die Lage in Slowenien gesprochen. Sie erzählt, wieso es zu den Protesten gekommen ist. Für die Jugend in Slowenien gibt es eigentlich keine Zukunft. Die Jugend ist sehr geschult und so weiter, aber es gibt nicht genügend Arbeitsplätze. Und diese ganze Lage ist sehr systematisch. Es gibt keinen Ausweg daraus, denn die offizielle Politik tut gar nichts dagegen. Es werden keine Arbeitsplätze geschaffen. Und wir haben jetzt die Lage, dass immer mehr Menschen sich entscheiden, auch aus Slowenien auszuwandern. In den Straßen ist es natürlich nicht wirklich sichtbar, denn in Slowenien haben wir die bizarre Situation, dass Menschen halt ihren sozialen Status für sich behalten und es irgendwie tabu ist, über seine Notlage zu reden. Aber mit diesen Protesten ändert es sich ein bisschen und es wird immer mehr klar, dass die prekären Menschen zu Wort kommen und über ihre Lage auch reden und Veränderungen fordern. Die Proteste sind äußerst erfolgreich gewesen. Bürgermeister Kangler ist sehr bald zurückgetreten. Doch die Lage in Maribor ist kein lokales Phänomen. Die dortigen Proteste haben sich sehr schnell auf ganz Slowenien ausgeweitet. Und das vor allem aus zwei Gründen. Diese Demonstrationen waren sehr groß, das war sehr wichtig. Denn ganz Slowenien hat gesehen, dass sowas möglich ist, dass es möglich ist, auf die Straßen zu gehen, weil hier in Slowenien gibt es nicht so eine starke Demonstrationskultur. Und das war das erste Mal, dass Proteste so groß und stark waren. Und das zweite ist, diese Proteste trafen auf sehr starke Repressionen. Die Proteste haben mittlerweile auch Premier Janis Janscher zu Fall gebracht. Da das eine der Hauptforderungen gewesen ist, wird sein Rücktritt als bremsend für die Bewegung interpretiert. Weil das war ein ganz starker Mobilisationsmoment. Und deswegen glauben wir, dass es jetzt auch ein bisschen weniger Menschen geben wird, weil wir jetzt sozusagen eine linke Koalition haben. Doch auch unter der Übergangsregierung von Alenka Bratuschek und ihrer Mitte-Links-Koalition gehen die Proteste weiter. Bei ungemütlichem Wetter sind am Samstag in der 300.000-Einwohner-Stadt Ljubljana wieder an die 5.000 Menschen auf die Straße gegangen. Die Demo selbst hat aus einem mehrstündigen Marsch durch die ganze Hauptstadt Ljubljana bestanden. An Orten, die die ungeliebte Herrschaft von Banken und korrupten Politikerinnen repräsentieren, hat es kurze Kundgebungen oder Aktionen gegeben. Öffentliche Gebäude sind mit dem Spruch Nascher Last, unser Eigentum, versehen worden. Am Eingang der Slowenischen Nationalbank haben Protestierende sogar ein Feuer gelegt. Die Aufregung hat nur kurz angehalten. Das Feuer ist schnell von selbst ausgegangen. Die Demonstration ist ansonsten, auch was den Einsatz der Polizei betrifft, eher ruhig verlaufen. Nachdem aber die Demo schon abgeklungen gewesen ist, sind drei Personen verhaftet worden. Kurz nach den Festnahmen ist es sehr schnell zu einer Solidaritätskundgebung vor dem Polizeigebäude gekommen. Alle drei sind daraufhin wieder freigelassen worden. Die unmotivierten Festnahmen vergangenen Samstags sind paradigmatisch für die Repression der letzten Monate in Slowenien. Immer wieder wurden Dutzende Menschen verhaftet. Ja, die Polizei war von Anfang an in Maribor sehr stark präsent. Und es gab also Angriffe, die wir in solcher Form in Slowenien noch nie hatten. Zum Beispiel bei diesen großen Demonstrationen in Maribor wurden Menschen willkürlich arretiert und auch eingesperrt. Und die kamen dann auch vor Gericht. Die Prozesse dauern gerade jetzt an. Und dann auch in Ljubljana gab es die gleiche Repression. Zum Beispiel wurde erstmals in der Geschichte Sloweniens ein Wasserwerfer eingesetzt. Und das war auch sehr wichtig, denn Menschen solidarisierten sich. Deswegen ist der Funk dann auch übergesprungen auf ganz Slowenien. Diese Solidarität, die als Folge der Repression zu sehen ist, hat bereits positive Entwicklungen hervorgebracht. In Maribor gibt es eine sehr starke Initiative, wo sich die Menschen organisieren in verschiedenen Stadtteilen. Lokale Strukturen, wie sie gerade in Maribor entstehen, sind die Grundlage für weitreichendere Organisationen. Das, was in Slowenien passiert, passiert ja auch anderswo in Europa. Wir gehen den gleichen Weg wie Griechenland oder Spanien, Portugal und so weiter. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir uns transnational organisieren. In dem Sinne ist es sehr wichtig für uns Kroatien zum Beispiel, denn dort passieren auch jetzt gerade sozusagen die gleichen Proteste gegen die politischen Eliten und so weiter. Mit Slowenien ist die Realität der Krisenfolgen in Mitteleuropa angekommen. Selbstorganisation ist die Antwort der Menschen. Wir werden sehen, wohin sich diese neuen Strukturen entwickeln und ob sie der Repression der Staatsmächte standhalten können.